Der FC 08 Homburg hat sich von Matthias Mink getrennt. Interimsweise wird ein Trainer-Duo die Saale nicht mehr Trainer von Homburg. Matthias Mink. Imago-Images der 53-Jährige wurden nach dem jüngsten 1 zu 3 gegen den SC Freiburg 2. Wir haben intern die vergangenen Wochen analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, Cheftrainer Matthias Mink freizustellen. Leider stellt sich die sportliche Situation, unabhängig vom Ergebnis der heutigen Partie gegen den SC Freiburg 2, nicht so dar, wie wir uns das alle zum Beginn der Saisons gewünscht haben. Vorsitzende Dr. Erik Uberneur. Matthias Mink hat im Juli 2020 Jürgen. Seit November wurde die Mannschaft wirklich einen Segen über 10 Punkte aus. Zunächst wird Quotrainer Jürgen T. Stammata-Bulles als Interimstrainer die Mannschaft gemeinsam mit U23 Trainers. Zunächst wird Quotrainer Jürgen T. Stammata-Bulles als Interimstrainer. Zunächst wird Quotrainer Jürgen T. Stammata-Bulles als Interimstrainer.